You can't take care about, no I've got so much left to say, but I'll take my words in Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal Gestern kam ja das Video um 22.44 Uhr online, weil es da ein Problem gab, das war irgendwie falsch eingestellt Jetzt stimmt aber wieder alles und ich sag mal, ne kleine Wiedergutmachung hau ich heute auch nochmal ein Video für euch raus Trotzdem geht es dann normal 15 Uhr morgen mit einem Video weiter und halt ganz normal So, ich habe mich gerade eingeloggt und mir ist gerade hier aufgefallen, ich habe was erhalten Das werden die meisten oder wahrscheinlich jeder von euch erhalten haben, die an dem Fisch-Event teilgenommen haben Hier sehen wir schon, danke, dass du beim Fortnite Angel, doch Angelgerange deine Roots ausgeworfen hast Viel Spaß mit dem Spray-Motiv, Spiel um den Sieg So, das können wir jetzt einfordern, das werdet ihr auch erhalten, wenn ihr am Event teilgenommen habt Wenn ihr nicht daran teilgenommen habt, erhaltet ihr es natürlich nicht Ob es wiederkommt, ist schwer zu sagen, ich denke jetzt eher mal nicht Ihr könnt euch dann hier auch unter den hier aussuchen Ich glaube, das ist auch wie immer ein grüner Spray Hier ist er auch schon, der war auch schon länger in den Spieldateien drin und wurde auch schon geleakt Ich muss sagen, ist kein krasser Spray, aber kostenlos, geht auf jeden Fall immer Wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da Jeden Tag, jeden zweiten Tag 15 Uhr ein neues Video Ich blende euch hier am besten doch mal den Plan ein, weil manche kennen den immer noch nicht Ansonsten würde ich sagen, abonnieren, Glocke aktivieren Und gerne mich kostenlos unterstützen mit meinem Creator-Code, der Teddybayer, wie dieser Kanal heißt Ansonsten würde ich sagen, was auch vom heutigen Video Wie gesagt, das ist ein kleines Entschuldigungsvideo, sag ich mal Ansonsten würde ich sagen, haut rein, wir sehen uns morgen 15 Uhr bei einem neuen Video Haut rein und ciao Bis zum nächsten Mal